Wenn ich einen Karnickel sehe, dann wird das gejagt. Wie viele Baumstämme hier da einfach mal haben. Was denn? Das ist doch noch gar nichts. Können wir besser. Ja. Auch mit Dynamit macht aber auch Spaß. Das musst du auch zugeben. Oh, das ist doch schön. Aber hier passen die Bäume leider nicht zu. Hallo, Baum? Ich höre ihn rauschen. Sie sind in der Luft kaputt gegangen. Das ist auch okay. Ja, das geht auch mal. Ich bin fast in unserer eigenen Falle getreten. Das ist auch schön. Ja, das Fortschritt. Ja. Oh, ich bin schon fast beim Meer. Ja, ich hatte ja gesagt, wir bauen die ganze Insel voll. Können die Eingeborenen zusehen, wie sie klarkommen. Oh, Blaubeer. Oh, hier liegt ja noch einer rum. Scheiße. Ach ja, wir müssen ja auch nach den Knochen gucken. Scheiße, habe ich auch vergessen. Ja, die Spunner leider immer so schnell weg. Ja, ich werde mich gleich mal um ihn kümmern. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Siehst du auch unseren Arm? Oh, hier ist ein Kanickel. Scheiße. Auf geht's. Ah, du bist weg. Ich gucke gleich mal. Habe ich schon wieder Hunger? Ja, toll. Alle weg. Brennt der? Du brauchst doch bloß gucken, wo wir sind. Nee, deswegen nicht. Ich suche gerade Stoff-Dings und ich sehe die drüben Häuser nicht. Ach so, ja. Stoff findest du bei der gelben Fahne. Da würde ich nur am Tag rinnen zusammen. Bei uns ist auch ein bisschen was, aber nicht viel. Na gut. Oh, Alter. Lauf. Doch nicht, wenn ich eine Ketzensäge in der Hand habe, Leute. Ach, hast du Besuch? Boah, die kam von hinten. Einmal rrrr und dann gleich zugehauen. Ich war noch nicht so weit. Außer muss ich mal was essen. Oh Gott, was ist du denn für einer hier? Ah, was esse ich denn heute? Neckeres Beinchen. Ach, da seid ihr. Aber, 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 aber hier hinten sind doch die Bäume gefällt. Warum laufen die denn da hin? Na, weil ich jetzt nach vorne gekommen bin. Die sind ja dumm. Hallo, Katana? Ach, Katana. Au. Na? Da bringe ich es ja auch noch Holz. Ah, ich hole mir jetzt gleich das Ding. Das wird mir zu viel gelaufen. Wo ist der denn hin? Das bist du. Der ist abgehauen, Loppe. Rumpelblase. Hallo. Hier war keiner. Hallo. Wo ist der denn hin? Der ist abgehauen. Ich wollte doch nur spielen. Ja. Dann halt nicht. Ach, hier sind noch Giftbeeren. Da muss noch einer rein. Dann ist das fertig. Sehr schön. Jetzt gehe ich jetzt. Oh, aua. Jetzt kam er. Oh. Ja, das ist aber mehr als einer. Ich habe mich verfehlt. Hat hier einer die Tür zugemacht? Oh, Entschuldigung. Mach das bloß nicht. Wir kommen dann nachher nicht mehr rein. Ich reiß das Haus nicht ein. Nee. So, ich habe die Knochen eingesammelt. So. Wer will Stress? Hi, Freund. Oh, mit Gift ist das richtig gut. Ja, die nächste Mutanten ist weg. Jetzt habe ich keine mehr. Bring ihn um. Man muss aufpassen. Darfst du uns nicht hauen? Nee, pass auf. Ich habe, ja, ich habe auch zwei verloren. Das ist teure Rüstung, die Mutante. Wie ruhig, wenn du ihn hier abmogst. Ja, der war ja noch nicht tot. Ich habe ihn erlöst. Das sah komisch aus. Oh, jetzt klingelt bei mir das an der Tür. Wir können ja kurz Stopp machen. Wir machen Stopp, ne? Bis nachher. Bis gleich. Warte mal, ich gehe mal hier in die Ecke. So. Ihr labert dummes Zeug. Wahrscheinlich über mich, ne? Genau, zum Rennen. Oh, schade. Nee. Morgen. Ah, wie lustig das gerade war. Wir sind auf der Bank eingeschlafen. Gut, dass wir das gerade umschauen können. Das wäre so peinlich gewesen. Peinlich? Ja, bei uns kommt nur Dünnpfiff raus. Vom feinsten. Oh, oh, tippenbein. Oh, ich, 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 ich hab... Da hinten lief auch eine. Der Schrei eben war. Genial. Ja! Ach, hast du ihn auch gründet? Ich war das nicht. Ich hab ihn nicht. Auf einmal steht... Ach, da! Ach, da! Ja, jetzt greift sie mich an. Danke. Oh, keine Titte. Mach nicht so große Schritte. Oh, meine Rüstung ist ja weg. Stimmt ja. Sag mal. Will ich sie mal nicht mal so scheuchen? Ich will sie auch mal treffen. Oh, hier ist ja Feuer. Das hab ich ja angemacht. Dass du da wie hier machst. Ja. Mal wieder Pfeile herstellen. Danke, warte, mich jetzt gehauen. Gar keiner. Ja, ja, ja. Ich hab's doch gespürt. Ich hab nur noch drei Rüstungen. Oh, ist mal wieder Alkoholpfeile. Ich hab mich von den... Ich hab mich von den Schrei voll erschrocken gefühlt. Da hinten, wo die fallen sind, hab ich aber auch wen rumlaufen sehen. Dann musst du vorstellen, du nimmst die Kettensäger an der Hand, gehst dann ein bisschen lang, auf einmal steht daneben hier einer. Du denkst dir da nur nichts bei, weißt du? Drehst dich um, auf einmal steht sie. Achso, dein Kopf raum ja noch. Ja, genau. Kam die auch mal zu mehrfach? Oh ja. Ja. Die kam schon ohne Ende. Das Video hab ich grad bearbeitet. Das wird dann irgendwann kommen. Er hat uns schon ordentlich besucht. Wo ich dann so ein bisschen Kettensägen-Massaker gespielt hab. Das war aber auch eine Folge. Scheißegal, meine Rüstung. Ja, dabei hab ich kaum was verloren. Das war ja das Erstaunliche. Ich werde mir... Oh, jetzt hab ich die... Jetzt war ich in Schlagrage. Hä, ist der Kopf hin? Der Kopf ist weg. Nee, da. Alter, ich hab's geheult. Der Kopf ist weg. Geheult. So ein wertvoller Kopf. Das hätt ich mir nie verziehen. So, dann werd ich die Karre mal voll machen und dann werd ich mir nachher ein paar Knochen... Und dann kommt sie von da, wo ich die ganzen Bäume gefällt hab. Ja. Ist schon ganz schön frech. Das ist Naturschütze. Ja, die Natur geht mir am Arsch vorbei. Ähm, das hält sich leider nicht gesund hinter mir an. Was ist das? Ach, kein Wohner. Die kriegen das ja nicht kaputt, ne? Nein. Die Welt geht so oder so unter. Ob wir das jetzt verschneiden, oder noch von langsam. Ja. Jeden Moment kann der neue Urknall kommen. Da muss man jeden Zug liegen. Nee, ist voll. So schnell? So wie Milch auch Gift ist, ne? Ja. Hatten wir heute grad das Thema bei der Arbeit. Jetzt findet ihr da Quatsch? Nein, nein. Von meinem Kollegen, die Tochter hat für Peter Poster gemacht. Die sind aber sehr gut geworden. Das muss ich dazu sagen. Hm. Auch von der Optik her. Sehr schön gemacht. Naja, man muss ja auch nicht den ganzen Tag immer nur Fleisch essen, ne? Da kann ich schon verstehen, dass die Leute dann irgendwann sagen, so, jetzt reicht's. Und vor allen Dingen massentechnisch, wenn was massentechnisch gemacht wird, weiß ja jeder, wie das gemacht wird, ne? Hm. Äh, Leute? Ja. Ich glaub, wir sind ganz schön viele gerade bei mir. Ja, wo bist du denn? Du kannst die Seile rutschen nehmen, dann bist du bei uns. Genau. Du hast ja irgendwie Mutant fast. Oh, oh, dann komm ich freiwillig. Glaub ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Komm. Nix. Ich hab mir jetzt mal wieder ein bisschen Rüstung gebaut. Ich will jetzt hier auch keine Fallschutzung machen. Oh, ich bin nicht da. Ich muss Blätter sammeln. Ich hab unter 3000. Ach du wieder. Ich hab noch nicht mal 1000. So, ich hab mir erst mal auf Vorrat ein bisschen Rüstung gebaut. Ich mach gleich mal das Feuer an, ne? Dann kann ich da wieder reinlaufen. Schade, ich wollte gerade nach draußen. Hallo, Freunde, wo seid ihr? Oh Gott, die klopfen ja so viele an den Türen. Hallo? Ist ja gar nix los. Au. Ja, Freunde. Du, ich hab mir gerade Rüstung gebaut. Ach, die von der Kirche wieder. Ja, ich merk dann schon. Sind aber auch penetrant. Aua. Die wollen immer die Kirchen steuern. Boah, schon wieder ne Rüstung. Ich dreh durch. Ja, eine ist schon wieder weg bei mir, du. Grad gebastelt. Hab ich grad frisch geerntet. Ähm. Hier ist einer, der Feuer wirft. Ja. Ist das normal? Ja. Ich hab keine Ausdauer. Ich glaube nicht. Ach, scheiße. Ach, ich kann nicht mehr. So. Cola. Ist ja richtig krass. Ja, was? Au. Ah ja, Cola ist die Idee. Hilfe. Geh doch in die Falle, du Dussel, du. Da war keiner. Nein, ich mein, ich spreche mit meinem Gegner hier. Hilfe. Schon wieder die Ausdauer weg. Boah, ist. Was ist denn hier los überhaupt? Sonst hat man die so weggeschnitzelt mit dem Katana. Jetzt geht gar nichts hier, ne? Ja. Ich glaube, einwandfrei war. Ja, bei mir gar nicht. Ich hau auf die ein und. Ach, scheiße. Jetzt hab ich den Pfeil verschwendet. Krieg ich das hin? Ja, wer ist denn da gestorben? Ja, wer ist denn da gestorben? Ja, du bist da gestorben. Hä, auf damit! Mir wird nicht genascht. So. Wir mit dem Spruch wieder anfangen. Du bist schuld. Ich bin auch. So, dann werde ich mal ein bisschen den Kamin anheizen. Hättest du mich daran mal nicht geändert? Hi. Hallo. Wie ist denn da gestorben? Die Lieferung. Na, wo ist denn die kleine Leiche? Da ist die kleine Leiche. Oh nein, hast du den Ulten mir nicht erklärt, oder was? Wir haben das nämlich den ganzen Tag mal gemacht, Ulten. Nee. Oder ist der Hund, musst du von ihm leiden? Sowas muss man mir nicht erklären, das weiß ich so. Das war aber echt schlimm von uns beiden. Mein Hund muss so leiden. Oh. Wo ist denn der stinkende Hund? Was ging das so? Er war viel schlimmer. Noch schlimmer? So, dann werde ich ja gleich mal mich wieder... Der Hund wurde immer gut machen. Ja, geht. Die Wetter hat keiner leiden. Aber dann komme ich vorbei, dann war halt nicht immer ganz anders. Wow. Jeden Tag ein paar Schläge. Wir wollten noch Dings bauen, ne? Was denn? Lampen. Kronleuchter. Aber erstmal sollten wir vielleicht das Bett fertig kriegen, das wir hier oben speichern. Naja, speichern können wir ja hier schon. Kannst du noch ein paar Hasenfallen aufstellen? Ja, das werde ich auch tun. Das ist überhaupt eine Idee. Wir müssen uns ja, das ist eigentlich bescheuert, sich immer mit der einen blöden Falle zufriedenzugeben, ne? Richtig. Die laufen ja mehr als nur noch rum. Das werde ich auch mal tun. Die werde ich aber am anderen weiter rein im Wald bauen, ne? Hauptsache, ich finde es noch wieder. Ja, hier bei uns im Haus. Bereich. So, die Falle, die ich ausgelöst habe, die... die... Was ist denn hier eine Waffe? Da. Bitte? Eine Waffe. Hier ist eine ganz bestimmte Sache am Waffe. I don't know. So, eine Falle. Hier. So, liebe Häschen, hier. Oder hier. Oder hier? Hier, hier ist schön. Hier wird der Seebe ja kein Holz fällen. Hoffe ich. Habe ich da Holz gehört? Nein, ich habe nichts gesagt. Ach, schade. Ich habe mich mal jetzt gefreut. Ich weiß. Ich habe noch nie einen Baum gefällt. Ja, genau. Genau, das glaubt ja auch jeder. Ja, du siehst dich die ganze Zeit rum. Ja. Das Beweisvideo. Ja. Reicht noch nicht. Reicht noch nicht. Ich mache weiter. Ich brauche Stickies. Ah, die Stämme sind auch Stickies. Große, dicke Stickies, ne? Ja. Falle ist fertig. Das ist doch schön. Die andere Falle ist aber auch nicht ausgelöst. Oh, ein bisschen Besen reinmachen hier. Kann man den eigentlich kaputt machen? Nein. Ich sollte mal ein bisschen gehen. Ich habe mir doch hier einen Wagen hingestellt. Naja, der ist voll. Gott. Dann nehme ich den erstmal mit. Der Wagen ist voll, der sollte man so nie mehr trinken. Ja. Arschloch. Da laufe ich gerade lang. Ich kann die Bäume deutschen steuern. Hab dich auch nicht mehr gesehen. Aber so hätte er die steuern können. Was? Ich hätte ihm einen Ständer geben sollen. Was? Kann er einen bauen. Alles klar. Gut, man atmet schon. Gut, man atmet schon. Ach, der jagt zu mir den Hasen. Nein. Ach, der jagt dann durch. Nein. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo bist du? Arschloch! Stell dich der Gefahr! Wo war es so? Ich hätte den los kriegen können. Los? Wo war dieses Dorf am Wasser, wo der Harz war? Da gehen wir zusammen hin. Wo der Harz war. Ach so, das ist bei uns auf der Rückseite vom Haus. Wo ihr gerade seid? Nein, vom Holzhaus. Das, was mit Palisaden umgeben ist. Da auf der Rückseite. Nö, da sind gerade vier Assis da gehe ich nicht hin. Da sind vier Assis? Mhm. Geh da hin, dann sind da fünf. Der war gut. Der war echt... Ich komme auch, dann sind wir zu sechs. Komm, wir machen zwei flotte Dreier. Wo sind die denn? Jetzt geht los. Ich sehe hier gar keinen. Was erzählst du hier? Da waren vier Stück. Hinter dem Haus. Also... Hinterm Haus, ja. Wieder am Hintereingang. An deinem Hinten. Die schweigen doch schon. Ein Harz hat er geholt, ne? Aber, aber, aber... Ich habe noch kein Harz geholt. Ne, dann ist noch keins. Beiden Töppen. Ich habe auch kein Harz. Ne, ganz bestimmt nicht. Nur 3000 oder so. Hi. Hi. Guck mal, hier ist Stoff. Wenn ich 3000 hätte, wäre ich schon echt zufrieden. Hier ist tot. Ne, hier ist tot. Für 3000 würde ich mich freuen. Na guck, der Topf ist auch noch nicht nachgespawnt. Das dauert immer ein bisschen. Wir haben aber auch noch nicht einmal geschlafen. Hier lag Geld. Du, Dominik, möchtest du noch einen Fuß? Guck mal hier. Kleiner, guck mal da. Guck mal, wir können, wir können richtig Fußball spielen. Tor! Oh Gott. Bei mir ist Harz da. Wah! Arschloch. Oh, immer diese Harz-5-Schnurre. Ja. Ich möchte gerne Ente jagen. Ich werde jetzt erst mal was anderes machen. Ich werde mal was gucken, ob das geht, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Gerade zwei Vögel umgebracht. Eigenes Fundament. Plattform. Ach, das ist nur das Ding. Hallo? Hallo? Halt's Maul! Guten Tag, die Telekom. Geht das schon wieder los? Ja, da kann ich aber nur eine Plattform bauen, ne? Hm. Es ist immer schwer, nicht diesen Satz zu sagen. Ich weiß, wenn man hier in der Forst ist. Hier soll viele Kunden kommen. Wat? Moment, es sind immer mehr Baumstämme da unten links. Wat? Vorher 305. Ach, gar nicht. Was erzählst du denn? Wat baust du da schon hier? Nix. Achso, ich sehe schon. Ich baue gar nix. Dafür verschwendest du dein gefarmtes Holz. Nix baue ich. Ich bin fast tot. Du bist fast tot. Was machst du hier? Aber nicht, aber pass auf, dass du nicht die Bäume legst runter, wo die Töpfe dran sind, bitte. Boah, was macht ihr denn hier? Wie viele Stämme da sind? Ja, der ist gerade wieder nicht ganz zurechnungsfähig. Ich kann auch nichts dafür. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Warte mal, geh, ne? Dann werden wir mal weiter konstruieren. Kann man das denn vielleicht so tun? So. Und dann muss ich hier eine Maus und dann das nochmal drehen. Das ist verkehrt. Da war kein Harzbaum. Wenn einer war, ist er weg. Ich kann Baum ausbauen, ich falle dem Baum. Ne, das geht nicht gut. B? Nein, nicht da hinfallen. Ich will im Haus kein Holz. So, dann bringe ich mal das Holz weg. Wollen wir alles allein machen? Ob das geht? So. Ich brauche mal ein bisschen Holz. Haben wir noch welches? Ne, ist alle. Geil. Boah, ich nehme denn das hier so lange. Warum habe ich kein Katan in der Hand? Kannst du das Plastik-Holz nehmen, was da rumliegt? Alles gut. Wie kann man denn Block updaten auf der Axt? Hä? Der verrät uns ja gerade irgendwelche Sachen, die wir noch gar nicht entdeckt haben, wollen wir uns das nie angucken. Na, da steht Block bei mir auf, bei der Axt. Ach so. Du kannst mit der Axt blocken. Mit rechts, wenn du die Axt hast, kannst du mit der, aber das geht glaube ich nur mit der roten, ne? Mit der, aus dem Flugzeug, Mit der modernen. Ja, geht das da auch? Ja, guck hier. Welche moderne Axt? Zeig mal. Na, die haben wir auch gefunden. Ja, sonst müsste ich mal auf dem Tablet mir die Karten laden. Das haben wir ja markiert. Ja, das stimmt auch wieder. Stimmt, wo wir die Axt haben, das ist eine rote Fahne, ne? Genau. Oh, was ist denn hier los? Das ist aber geil. Hm? Was denn? Auch nix. Ja, erinnert mich. Ey! Arschloch! Und da war ein Luis? Ja, den habe ich erlegt. Ach, du hast meinen Bruder getötet. Mein Bruder! Den Kopf brauchen wir noch. Für unsere Trophäen auf dem Kamin. Hat eigentlich einer die Knochen weggesammelt? Nö, ich bin ja ganz halt mit Holz beschäftigt. Na, dann wird er das Spiel weggesammelt haben. Ne, wir brauchen, doch, wir brauchen noch, wir brauchen noch ein, das müsste eigentlich noch gehen, brauchen wir noch. B, ich mache Feuer an und nebenbei schlage ich noch das Buch auf. Geil, wa? Ja, wer es kann. Ja, wer es kann, naja, wer es kann. Weißt du, was bei diesem Haus fehlt? Das geht. Was, was, was fehlte? Ein ganz wichtiges Detail. Okay, also. Ja, erzähl, ich höre dir zu. Ich bin dir ganz ohr. Ich muss das Detail erst mal füllen. Ach so, ach so, ach so, ach so. Oh, hallo. Oh. Ach das Detail. Ja, und dann kamen auch gleich Kollegen. Ich bin ja kein Kandaner. Mach dir doch mal Rüstung. Ja. Ich bin ja kein Kandaner. Ich bin ja kein Kandaner. Ja. Vielen Dank.